Ah, ich hab ihn getroffen! Oh mein Gott, der wird schneller! Oh Gott, roter Augen! Okay... Und das war's das erste Mal, dass du ihn getroffen hast? Ja, der... Oh mein Gott! Okay, auf mich hat er nur noch ein Leben. Ich hab ihn noch mal getroffen! Ah! Boah, der dreht durch! Der dreht durch! Alter, Alter! Ey, fuck! Ey, ich seh ihn kaum noch. Vor allem ist die Verbindung bei mir sowieso grad ein bisschen buggy, aber jetzt... Ah, der stunnt mich sogar! Richtig! So ein kleiner... Oh mein Gott, ist der schnell! Hat doch nix mehr mit Skill zu tun! Ey, ich... Das ist einfach nur ein reines... Das ist ein reines Time von Savestays. Ja! Das ist das Skill, den du brauchst. Gleiches klingt mein Handy, äh, mein Telefon, aber ich ignoriere es. Ich hoffe, man hört es nicht. Muss ich dann wieder Fritte anrufen? Ja, Fritte... Ne, Kronk ruft mich gerade an und fragt auch, wie ich... ihm beim Spiel helfen kann, weil er nicht weiterkommt. Aber ich glaube, ich muss es diesmal ablehnen. Das Problem ist, ich werde gestunnt, aber er ist so schnell wieder da. Ich kann einfach nicht ausweichen und dann... Vor allem explodieren zig Trillionen Bomben. Muss mir jetzt eine gute aussuchen und die... Oh, warte, jetzt hab ich... Ey, der ist ja gar nicht so schwer. Warum... warum mach ich mir da zu sch... Oh... Such die... Ich hab keinen Safe-Set mehr... Oh... 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 Hell, weil... Ich hab irgendwas besiegt. Ne, ich bin verreckt. Hm... Müssen wir mal das Ganze nochmal machen. Das war ja nicht zu schwierig hier. Wir kennen das jetzt ja hier schon. Rechts, links, rechts, hoch, runter, links... In den Boden reinfallen... Nochmal wiederholen. Und... Oh, jetzt wirst du alles wiederholen. Ja, weil ich runtergefallen bin. Ich dachte, du würdest genau vom Tor wieder anfangen. Naja... Ne, ne, ne... Ich kann jetzt aber ein bisschen durchwaschen. Ja, versuch's. Ohne zu sterben. Na klar, schaffe ich. Also den Weg schaffe ich sogar, glaube ich, wirklich. Und den Boss schaffe ich gleich auch. Ich halte einfach gleich die Bombe so lange in der Hand, bis sie bei mir explodieren schon fast... Oh, den hab ich ja so geil gemacht. Warte mal. Hm. Friskant. Hm. Also ich muss gestehen, ich kann grad nicht mehr so viel sagen, weil bei mir ist die Integration so buggy, ich erkenn immer nur alle fünf Sekunden eine Bewegung. Ja, ist ja okay. So ähnlich ist er bei mir auch. Ich seh auch fast nix. Aber ich muss auch gestehen, ich seh nur immer wieder, wenn du gerade krepierst, und dann seh ich Stayed Loaded und jetzt saved. Also müsste es ja jetzt... Okay, jetzt geht's halt ein bisschen besser. Ja, weil ich nicht mehr sterb. So, jetzt kommt gleich nochmal das Scrolling Level. Ah, den werden wir jetzt... Oh ne, die kommen auch noch... Ah, die sind aber jetzt kein Ding mehr. Hoffen wir das. Oh geil, der ist sofort beim ersten reingefallen. Oh geil. Ich auch. Nein! Nein! Das war das Nachmachen hier, ey. Ah, schon krass. So, ist wieder reingefallen. Okay. So, ich weiß nicht. Hat die Wumms eigentlich immer... Also ich weiß, es gab Wumms, die waren so blau und hatten nicht diese Zähne am... Ja, das sind so Custom Grafiken. Also die sind von dem eingefügt, der das Ding gemacht hat. Ah ja, die gab's ja auch wirklich, äh, in Mario Spielen. Äh, die mit dem Stachel. Genau, ja, nur bei welchem. Ich glaub bei dem Super Mario... 64 gab's den, das weiß ich. Na, warte, mit dem Stachel? Den gab's glaub ich bei... Super Mario World 3 oder so. Bin ich mir jetzt grad gar nicht so sicher. Ah, ich glaub aber wohl. Ah, wen gab's denn zuerst? Den blauen oder den mit den Stacheln? Das ist hier die Frage. Das beschäftigt mich schon mein Leben, ey. Ja. Sind dich, äh... Ich wollte jetzt grad sagen, Prothesen drüber gebaut, aber ich meinte eigentlich, äh... Dings meinte ich hier, äh... Ah, versteh. Dann ist ja blau einfach nur ein besoffener Punkt, dem die Zähne ausgeschlagen wurden. Boah, jetzt muss ich hier das doch mal schaffen. So schlimm kann das doch gar nicht sein. So. Jetzt sind wir da, wo wir grad spielen, aber... Ich hab grad die Hälfte von der Brücke geschafft. No, stimmt, ey. Ja, jetzt müsst ihr... Jetzt müsst ihr links durch die Zähne noch mal laufen. Na, das ist ja nicht so schwierig jetzt hier. Da kann man ja ein bisschen schneller durch, da sind nicht so viele, die seitlich wollen. Ja. Die wollen lieber down, down. Ah, die nach unten gehen... Oh, die waren seitlich. Ja, die nach unten gehen, finde ich ein bisschen schöner. Ja, jetzt grad wasch ich hier aber eigentlich in einem guten Tempo durch, da sollten wir... Ja, die finde ich auch sympathisch, ab. Ja. Vor allen Dingen... Es gibt ja auch solche, die verfolgen nicht komplett. Also, die sind dann... Super krass. So. Nochmal gegen... Den... Oh, der wird so... Grässlich sein. Oh. Auf, jetzt zeig's ihm. Also, ich muss jetzt... Erstmal... Das... So hinkriegen, dass ich den in der Hand halt und ein bisschen rumrenne. Ne, man... Mann, scheiß Internet... Ich kann doch nicht so richtig mit Fiebern. Nein. Ich hab ihn getroffen. Mhm. Gut, bei mir hängt das Bild schon seit 10 Sekunden. Ah, ist... Ja, jetzt... Ist ja normal. Du hast ja noch einen Pilz im Ersatz. Ja... Ich... Normal muss ich den ja jetzt auch... So ungeschickt. Ich... 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 Wenn ich meine Fenster abschließen, die ich im Hintergrund anhabe, dann geht das Internet vielleicht besser. Was ist denn im Hintergrund offen, na? Was ist denn im zweiten? Ich habe gerade nicht hingesehen. Nee, ich hatte den zweiten gekriegt, aber danach wäre ich dann sofort kaputt gewesen. Ja, meine Porn... äh, ich meine Bilder sind. Man muss ja in Bobby Fraser boxen. Das ist schon voll dreist. Hey, jetzt geht es von mir voll flüssig gerade. Nice. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Terrorist, wenn ich die Bombe die ganze Zeit in der Hand halte. Jetzt habe ich ihn nochmal getroffen. Ja, und mit dem Bad. Mit dem Türken-Bad erst recht. So, jetzt habe ich ihn auf jeden Fall schon mal wieder getroffen. Also auch schon mal... Sehr fortschrittlich. Ja, nur die Stufe macht mir echt zu schaffen. Und wenn danach noch was kommt, dann... Hm... Jetzt einfach nur nicht mal stay stayen und mal loonen, wenn du stößt. So, ich muss das... Oh, der wird so schnell. Wenn ich einmal so gestunt hier bin von dem, dann ist es vorbei. Dann bin ich kaputt. Guck mal, wenn der Endgegner, oder sagen wir mal der letzte Endgegner, der nicht Bowls ist, dann glaube ich, dass das jetzt der letzte Endgegner ist. Vielleicht gibt es da von jedem einen Big Boss. Vielleicht so eine riesen Bomb-Bomb später und so. Nee, das sollte schon, glaube ich, der letzte sein. Zumindest, glaube ich, stand es so in der Story. Also zumindest von dem Heck. Ah, das ist der böse King Wump? Ja, genau. Oder was? Okay. Hm. Ey. Kommt gar nicht an den ran, ey. Guck mal, der sieht da ganz normal aus wie die anderen Wumps, aber... Okay, er kann in alle Richtungen hüpfen, wo er will. Die anderen können doch in irgendeine Himmelsrichtung hüpfen. Oh, ich Safestate mir nicht. Ich gehe auch den Arsch kaputt. Aber du hast nicht wieder falsch gesafestatet, oder? Ah, nee, ich glaube die Frage. Ah, ich habe mich gerade wieder ein bisschen gerettet, aber ich war falsch, ja. Oh, Mann. Ah, quält mich nicht so. Also... Ich habe mir jetzt überlegt, ich nehme gleich einfach eine in der Hand und mache so Selbstmord mit dem Ding. Heißt, ich springe einfach... Ja, du musst eigentlich gehen. Mach das mal, das wäre eigentlich das Beste, du hast ja noch ein bisschen Reserve. Das Ding ist, ich kann nicht mal so ein Ding aufheben. Ah! Hm. Ey, gell? Also ich meine, wenn du hier hüpfst, dann hüpfst er auch dir voll entgegen und so. Ja, er kann mich ja auch so komisch wirklich stunnen und das macht halt alles bei mir kaputt. Mhm. Scheißegal, ich werde jetzt Terrorist. Das Spiel hat meinen Traumberuf geträgt. Oh, nein! Oh, der ist echt ätzend, der Boss. Der ist so ätzend. Na, glaube ich, ey. Einen Glück muss ich den spielen. Oh, das macht keinen Spaß mehr. Hey. Hey. Ich habe eine neue Technik. Eine neue Technik, die... die Schinken-Hatsumatsu-Batsu-Technik. Ja, was ist denn das für eine Technik? Nö, wenn die... wenn die explodieren, gehe ich hier gleich einfach in eine Ecke. Ah. Naja, funktioniert... Hm. Oh, ich muss doch einmal so ein Scheiß-Ding in die Hand nehmen können. Ein einziges Mal. Hm. Du kannst ja nur die Hand nehmen, wenn du sie drauf springst, wenn ich es richtig gesehen habe. Oh, hilft mir! Ja, ist... Und? Oh. Warte, jetzt habe ich die... ultimative Vorlage. Hm. Ich kann den hier nehmen und werde nicht gestanden und jetzt... Ja! Ja! Ah! Geht doch, Mann! Da war die Terroristen-Taktik. Boah! Ich glaube immer. Dir glaube ich das gerne. Oh. Puh. War doch ein Klacks. So, zum Abschluss gibt es keine Küsschen von Luigi. Äh, ne, wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich weiß, ich habe den Teil jetzt durch. Und, ja... Ich würde sagen, wir machen eine kurze Bewertung von dem Ganzen. Du hast ja zum Beschluss ein bisschen was gesehen. Aber ich kann sagen, du bist König der Scrolling-Level und äh... Hört sich ganz nett. Schöne Custom-Grafics. Ich würde mal sagen, so... Sechs bis sieben Sterne. Und du musst einfach jetzt auch Ja sagen. Eindeutig Ja. Ja. Ja, weil nach oben muss ja immer Luft sein. War schon gut, aber nach oben muss immer Luft sein. Dann würde ich sagen, war es das. Ich kann den Hack nur empfehlen. Der ist zu downloaden auf der Seite von Paper Zock, den ich jedes Mal verlinke. Wir sehen uns das nächste Mal irgendwo bei. Mit Yannick, oder? Oder Yannick? Ja, ich bin da. Oder natürlich Kobi. Ja, natürlich. Ich bin dabei. Immer so sagen. Na, wir sehen uns bis dann. Tschö.